Hi Leute und willkommen zurück zu Dragon Quest 11. So, ich war in der Zwischenzeit einmal den Weg zurück, den wir gekommen sind, zu der Kirche. Hab die Quest für diese Koop-Attacke abgegeben. Hab dafür Ausrüstung, hier die goldene Kette bekommen. Und ich habe in der Zwischenzeit noch... Ähm, wo ist das jetzt? Habe ich das? Genau, hier. Einen Spitzhut gefunden und noch zwei andere Sachen, Geld. Und nochmal ein Gegengift. Und zwar ist neben der Kirche ein Brunnen und in den kann man reinklettern. Das konnte man in verschiedenen Dragon Quest Games vorher auch schon. Und da habe ich mich daran erinnert und einfach hingegangen und hab halt A gedrückt auf den Controller und es ging halt. Und dort halt ein bisschen Geld gefunden. Ich glaube ein Gegengift und praktisch den Spitzhut, den Erik jetzt trägt. Und ich hab den geguckt, ob ich auch hier rein kann, aber leider kommt man in dem da nicht rein. Außerdem... Ach, hier kann man nicht runterfallen. Okay. Ähm, ich hatte auch einmal, glaube ich, eine Rüstung gecraftet, oder? Ähm, falsch. So, darauf, darauf. Genau, diese Schuppenpanzerrüstung. Einfach nur, weil wir das Rezept ja für den Schild und für den Panzer gekriegt haben und man ja immer fürs Craft diese Perlen bekommt, habe ich halt einfach gecraftet. Ach nee, genau, eine Schuppe gab es unten in dem Brunnen. Geld, die Kette, haben wir von dem NPC bekommen, die Schuppe und den Spitzhut gab es dann unten. So. Hier steht einfach so ein Random-Händler rum. 70 Gold gespart, weil wir den Hut gefunden haben. Ähm. So, ich habe mich jetzt entschlossen, alles was wir so im Vorbeilaufen sehen, das heben wir auf. Ansonsten gehe ich immer nach dem Part nochmal gucken und erzähle euch dann, was ich sonst noch gefunden habe. Einfach, um die Folgen ein wenig kürzer zu machen. Beziehungsweise, ähm, mehr Story drin zu haben. Ich glaube, hier ist was noch versteckt, oder ist das nur eine Abkürzung? Ich glaube, es ist nur der Weg drum rum, ne? Ah, hier ist was. Ach, Grafting. Okay. Ist nur der Weg drum rum. Ah, ich weiß ich viel, das war nicht. So. Ander auf der Film. pielt von der Film. Kürzer in Bonn. So, hier standen wir schon mal vor, aber auf der anderen Seite. So, hier standen wir schon mal. Okay, hier scheint noch alles in Ordnung zu sein. Und die Sachen sind hier auch anscheinend respawned, die auf den Dächern liegen. Ja. So, hier standen wir schon mal. So, hier standen wir schon mal. So, hier standen wir schon mal. Ähm, welches Haus hatte ich noch? Was ist das? So, hier standen wir schon mal. Warum denkt sie, dass wir sechs Jahre alt sind? Und warum ist das Mädel, was mit uns auf dem Berg war, wieder ein kleines Kind? Und warum ist der Hund wieder ein Welpe? Oh, hier standen wir schon mal. Oh, hier standen wir schon mal. Oh, hier standen wir schon mal. Und was ist das? Halt, Stopp! Ha! Habe ich ein magisches Portal verpasst, durch das wir gegangen sind? Geil. Hey Grandad, kann ich deine Leder kaufen? Die Wimblee Gemma ist Skarafof, und jetzt ist es auf einem Baum. Oh, ho, 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 ho! Wir können das nicht mehr machen, können wir? Ich gehe und finde es für dich. Hm? Wir brauchen nicht mehr die Leder. Dieser schöner Mann dort hat meinen Kopf für mich. Er sagte, er war für dich zu schauen. Ist er ein Freund von dir? Nein. Ich habe ihn noch nie gesehen. Nein, ich habe meine Vergangenheit verändert. Du bist gut? Wieso? 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 Es ist... du, oder? Ich wusste es. Ich wusste es, seitdem du ein Baby warst. Ich wusste es, du warst du. Aber du bist nicht so glücklich, mein Mann. Ich will dir dir, dein Grandad, was in deinem Geist? Ich verstehe. Also, du bist aus dem Zukunft, in dem ich nicht mehr bin. Na gut, gut. Und King Carnelian ging und legte dich in den Dungeon. Und ich glaube, ich glaube, dass er dir gut gemacht hat. Aber du? Wenn ich wusste, wie die Dinge passieren würden, würde ich dir alles erzählen, stattdessen von dir die Wahrheit von dir, für all diese Jahre. Aber du hast nicht Zeit, um zu hören, an einen alten Mann's Regrets zu hören. Das ist das, was wir tun müssen. Wenn du nach links, aus dem Dorf, kommst du nach Cobblestone Falls, wie du kennst. Da geht's und in der Vorstellung der Dreherstück der Dreherstück. Du hast das? Der Dreherstück der Dreherstück in Cobblestone Falls. Du wirst du das, was ich sagen. Oh, aber wie eine schöne Figur von einem Mann du bist. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich alle gesehen habe, Krona. Du bist gut, jetzt, Mann. Du wirst dich nicht verraten. Du wirst dich nicht verraten. Du wirst dich nicht verraten. Du wirst dein Leben mit Liebe in deinem Herz. Du hast immer mich gesehen, richtig? Ach, wir waren praktisch eben in der Vergangenheit. Ist auch hier irgendwo sein Grab. Scherde kann ich lesen. weil ich gleich in der Vorsitzung herausgeennen Genau, hier war das mit dem BRQ, wo wir drauf haben. Oh. Oh. Thanks for getting Gemma's headscarf back for her. Come back and play any time you like. It's ages till I gotta go home. What should we play now? Well, we could play, um... Hide and see. Are you okay? I lost you for a minute there. Not surprising, I guess. What? Oh man. I can't believe they do this. And just because you grew up here, what kind of animals are they? Jasper and his goons must have ridden straight here after you got thrown in the dungeons and torched the place. Hey, just now when you zoned out, the mark on your hand was glowing. And so was the root wrapped around that tree. Was it another one of those visions? Wow. So you went back in time and spoke with your grandad and... and yourself? That is seriously weird. Must have been the root here. Must have been the root here. It must have the power to show you the past. Well, if what your grandad told you was right, then we need to head over to Cobblestone Falls. Where did you say it was? East of the village? Listen, i know this can't be easy, but hanging around here isn't going to do anybody any good... Come on. Ich bin jetzt hier. Tempeluniform. Okay. Hier war ja damals nichts. Da wurden die Menschen in Gefangenen genommen. Die Menschen in Gefangenen. 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 Das ist heute Nacht. Ich hab da irgendwas funkeln sehen. Oder bin ich jetzt dumm? Hä? Haben die denn mit Kanonen geschossen? Oder? Ich versteh's nicht. Ja doch, da liegt was. Okay. Jetzt zeigt mir, dass hier auch noch was sein muss. Eigentlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. die ist der Partner. Es fällt nichts, nicht ganz aus. Alles klar. Ich weiß nicht. 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 Das ist übrigens nicht echt nicht. Achso. Und wenn er hier sitzt, dann muss doch irgendwas hier noch sein oder so. Okay, ist hier aber nichts. Wir müssen... Sagt er doch zu den Wasserfällen, oder nicht? Oder meinte er... Oder sind draußen noch? Ich dachte eben, mein Tier jetzt durch diese Tür, um da zu den Wasserfällen hinzugehen oder so. Oh, hängt der an dem Stein fest. Ja, die haben echt mit den Kanonen geschossen, ey. Das heißt, wir gehen jetzt praktisch einmal im Kreis. Das heißt, wir gehen jetzt aus. Hmm. Was ist mein Tier denn jetzt? Mit den dreiseitigen Felsen. Mit den Gegenden? Ja. Ja. Letters huh? The top one there's seen better days, that's for sure. My dearest darling baby boy, when finally you come to read this, I will almost certainly be long dead. You see, not long after you were born, our beloved kingdom of Dundrazil was attacked by an army of monsters. I was forced to flee with you in my arms, and expended the last of my strength in ensuring that you escaped to safety. If you are fortunate enough to have been found by some kindly soul, you must seek out the king of Heliodor when you come of age. Our kingdom and his have long enjoyed close relations, and your father and I would trust him with our lives. Never forget my son, you are a prince of the kingdom of Dundrazil. But more than that, you are the luminary. Yours is a weighty burden indeed. It is you who must stand against the darkness and banish it from our world. In time, you will come to understand. It breaks my heart to leave you, my darling. But it is the only way. It's from someone important to you, right? Your mother or something? Don't worry, you can tell me about it later. What about the other one? To my dearest grandson. I haven't the foggiest how you managed it, but I met your future self today. As promised, I've buried some things here that will help you on your way. Have you read your mother's letter yet? It was in your basket with you when I first found you. It was because of that letter that I asked my Amber to send you to see the king when the time came. I only wish I'd known how things would turn out. I don't know why Dundrazil was attacked, or why King Cornelian thinks so badly of you. I'm just an ignorant old man from a little village in the country. But I do know that the answers are out there somewhere. The keystone in this box will open the door of departure off to the east. You must go out into the world and seek the truth. You must go out into the house. Remember now, don't waste your time bearing grudges, and live life with love in your heart. All the best. Now and forever. Grandad. So we used the keystone to open the door of departure and head out into the world, huh? Well, sounds easy enough. You better believe I'm coming with you. You said it was just east of here, right? Well, what are we waiting for? Oh, I know what we're waiting for. I've got some unfinished business to attend to. The orb. The King's Barrow is not too far from here. And just down the way, in fact. Let's go claim what's rightfully mine. He has gone on mine. But thing is too much. Okay. Stopp. Is that P 광 and gone? Dummer Gaul. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Er will dorthin und wir wollen hier hin. Oh, da habe ich eine Menge Offscreen zu durchsuchen. Oh, da habe ich eine Menge nach unten. So, da habe ich eine Menge zauberte ich ab. 40 Euro Was ist das? Was ist hier passiert? Wer hat das zu ihnen gemacht?